Musik Willkommen nach Ostern zu einem neuen Badwoss Video Ja wir spielen Badwoss und wir sind hier alle kleine Rewins, man sieht es am Skin Nein, natürlich nicht schön wärs Mich kennt ihr und ich hab da noch einen dabei, der geht jetzt mal aus dem Sneak raus und stellt sich mal kurz vor Ja hallo, ich bin der Fannacuchen Und haben wir heute mal ein bisschen was ausgemacht, dass wir mit dem lieben Computergott ein bisschen Bad Wars spielen. Jo, und wir werden jetzt versuchen in eine Runde reinzukommen und sehen uns dann gleich wieder. Noch drei Sekunden, wir haben es doch mal in dem Spiel geschafft. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade kurz gehört habt, wir haben im Hintergrund noch mal einen, der moderiert so ein kleines bisschen mit. Gehört eigentlich nicht zu uns, aber... Genau, der liebe Stoli, ade. Jawohl, ich steil mich mal dahin und mach mal kurz den lieben Panthakuchen ein bisschen leiser, der ist noch ein bisschen laut. Entschuldigung. Jo, jo, kommst du noch mal. So, müsste besser sein. Okay, halbes Deck, äh, Brosse, was können wir damit anfangen? Hier unser Drogendealer, hallo, hast du Gras? Ähm, was gibt's denn da? Ich weiß nicht, wie wär's mit Blöcken, dass man hier Mall of Life kann? Oh, mach, mach, mach. So schei. Naja, und der XXBloody Soul LP ist AFK. Ist auch stark. Kann man mal. So, dann snacken wir ein bisschen Eisen. Äh, welches Team sind wir eigentlich, glaub ich, grün, ne, gelb? Wir sind Team Gelb. Ich glaub, danke für mich. Noch ein kleines Schwertchen. Wo es auch noch nicht mehr zu machen ist. Ähm, ja. Nur so ein bisschen den Aufnahmverwerb im Blick haben. Da, dann, dann. Okay. Ups. Jo, da bist du da. So, und, äh, noch mal ganz kurz. So, und, so, man hat's grad gehört. Mail-Programm. Sollten wir vielleicht auch mal zumachen während der Aufnahme, sonst hört man. Am, 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 die fristen da neben mir. Da schmatzen wir so in die Ohren. Geht aber gar nicht. Yo, der ist down. Ach, da gibt's Eisen. Oh, der springt einfach runter. Das haben wir auch immer am liebsten. Ja, mein Shit. Du, du. Da sind wir tot. Da sind wir tot. Das ist nicht tot. Das hat es grad niemand gesehen, dass ich mich versucht habe, mit einem Gleichteam gegen mich zu prügeln. Nö. Wird man den vielleicht ein bisschen ausgelöscht hier? Komm her, komm her. Alter. Springt der eiskalt vor mir runter. Ich glaub's nicht. Hey. Weißer, hast du jetzt nichts. Okay. Ja, hau ab, hau ab, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Irgendwelche Probleme bei dir? Nee, ich bin tot. und natürlich bevor ich dann wieder geschrieben bekommen ja diesmal schreibe ich die rp auch in der beschreibung und das mal wusste ich nicht mehr ich glaube es war sogar der gleiche und ich sehe gerade 150 fps also sorry wenn man jetzt gerade bisher überhaupt nichts verstanden man schafft es auch so und so laut kommt ein eisen noch und dann gibt es ein gutes schwert da machen wir uns noch den power knüppel und dann gehen wir mal wieder den malfly ich weiß es ist unprofessionell ich werde mich dann gleich mal muten zum niesen ich weiß es unprofessionell man hat gehört ich weiß nix und doch das dass ich mich müde da haben hat man das ist ja das hat man gehört ja ich weiß total unprofessionell wenn man ein schneller ist er mein eis gewesen gehst du wirst mir dafür wirst du jetzt sterben hey und das war auch mal meins alles meins ja ich bin zu langsam hier komme ich darüber jetzt haben einen bogen ich gehe jetzt einfach mal hier so ich hoffe mal die sind nicht allzu gut ausgelöstet vielleicht können wir da was necken gehen wir sind eigentlich nicht okay team grün ist schon draußen irgendwie wir sind team gelb dann sollten wir vielleicht mal aus nicht holen mir da gerade mal ein bisschen die rohstoffe von denen dankeschön ach da ist noch einer wo kommst du denn her wo kam der denn jetzt her aus dem nichts ich werde jetzt mal beim fremden dealer was zu essen holen aber der war eigentlich ganz gut gesteckt steht da so ganz versteckt wartet bis ich da so kommt aber der herrer tut mir jetzt keiner nein das ist da ich bin tot und ich habe einen getötet alter geh sterben oder ich gestern muss halt fair bleiben ja ja der eine hat geläftet ist auch gut ja geht doch weg ich werde jetzt irgendwie die ganzen anderen teammitglieder alle nicht checken noch mal zu den grünen übergehen und mir da noch mal ein bisschen eisen holen oder doch lieber den rückzug toll toll wir brauchen ich würde mal sagen wir brauchen dringendsten und erwarte da wieder und aus wenn ein bisschen ich kenne die maps auch nicht das ist ein bisschen das problem das kostet einen bogen drei und weniger sind alle gold also von dem her da kommt einer jungen shit ja und ich bin wieder tot und ich bin wieder auf die früssel und da kommt er wieder mit seinem scheiß bogen ach komm du hast einen pfeil im hintern der schmerz du bist mein schutzschild dein schutzschild ist gerade runter gestorben einsammeln 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 ja oder so weiter dass ich hätte ich bin schon wieder so ach komm also alles so wie die leite immer die programm im hintergrund offen und dann kommt das wieder an der die lasse nö das stimmt also bei mir genau das da und damit die bock hat gut handeln ich nicht nein ollo als gibt es mir bei special so falsch und tt in der perle komm hau ab hau ab hau ab aaa fahr dran ihr wisst vielleicht schon das vor uns die ganze zeit da einer chillt und so ja ich sehe da jetzt jetzt guckt ihm auch so ein bisschen zu na 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 Nein jetzt hier zu das ich das kriegen wir den fall als eisen so anfang sogar eine dornenrüstung so schutz und dornenrüstung also kommt er kommt der gegner kommt er ich will euch dann eben doch nicht was schild der eigentlich ist der afg oder was der kill ihn halt nein nein du lässt mich das nicht okay kleiner fun fact wenn man mit einem holzschwert der restliche auf ein niederzaun macht schlägt er und da kommt unser lieber freund auch schon wieder ich gehe da mal besser nach ich lasse dir die front ja gut ich habe kein bogen deswegen bleibt mir eigentlich nur der rück zukommen hier in der palle schild und erster 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 oben auf das dach ja wahrscheinlich hast du einen bogen oder okay ich bin und erst so und erst so ich glaube das war es dann auch für uns ach verdammt dein bett wird zerstört ja das war's für uns und ich bin tot die bühne hat die runde gewonnen okay ich will noch ein screenshot von der map so einmal fand mir dankeschön hier ich würde sagen das wäre es einmal für diese runde mit dem fand akku und du noch letzte worte was macht dann leider verkackt genau tschüss 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 tschüss